Spitze laufen, aber noch sind wir nicht so weit, Erik Frenzel, auch gut, auch gut, Frenzel, Edelmann, das passt. Gestern ja auch Fünfter gewesen in diesem provisorischen Wettkampfsprung, hat er immer noch ein paar Probleme, die richtige Hockposition, Sitzposition zu finden. Diesmal scheint er sich ganz wohl gefühlt zu haben, jetzt 101 Meter für Erik Frenzel, 30 Sekunden, der Rückstand auf Tino Edelmann. Hat ja ein Oberwiesenthal.